Wir wollen gesellschaftliches Engagement von Studierenden fördern. Engagement außerhalb des Campus, also das in die Stadt und in die Region wirkt, aber auch Engagement auf dem Campus. Also zum Beispiel, dass Studierende andere tuturieren oder ein Campusradio auf die Beine stellen oder ein Hochschulmagazin. Also ein breites Spektrum an Engagement wollen wir fördern und wollen Studierenden gute Rahmenbedingungen bieten, sich zu engagieren und wir wollen sie auch aufmerksam machen. Denn aus unserer Sicht, es gibt einen bestimmten Prozentsatz von Studierenden, der ist ohnehin engagiert. Die braucht man nicht mehr da so hinzuführen. Aber es gibt auch Studierende, da ist eine hohe Engagementbereitschaft da, aber so der Startpunkt fehlt noch. Und auf diese Studierenden zielen wir eigentlich ab und wollen ihnen einfach die Möglichkeiten zum Engagement leichter zugänglich machen.